Mein Name ist Kai, ich komme aus Freiburg. Ich studiere den ÖFI. Ich habe drei Studiengänge absolviert, Umweltwissenschaften, Umweltwissenschaften im Master und dann habe ich noch einen Master in Pädagogik gemacht, in Erziehungswissenschaften. Ich habe viel gearbeitet als Koch, als Sozialarbeiter jetzt momentan in so internationalen Bildungsprojekten und das mache ich auch während des Studiums weiter. Weil mich das innerliche Interesse geweckt hat und mir davon verhoffe, Tools an die Hand zu bekommen, um gesellschaftlich Wirkung zu entfalten. Gesellschaftsgestaltung bedeutet für mich, wenn ich irgendwo hingehe und dort meine Zeit verbringe, in Form von Arbeit oder in Form von Ehrenamt, dass ich dort eine Wirkmächtigkeit entfalte, die andere Menschen inspiriert, wie es auch genannt wurde, dass ich in Resonanz gehe mit Menschen und Räumen und die Räume und die Menschen dazu befähige oder dazu in die Lage versetze, dass es einfach ein besserer Ort wird.